Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es auch heute wieder um das alldominierende Thema dieser Tage, um die bestmögliche Bewältigung der Corona-Krise geht. Dazu hat mir unter anderem die Tanja aus Geiselwind geschrieben. Die Tanja schreibt mir, ihr habt jetzt ja im Landtag ein bayerisches Infektionsschutzgesetz verabschiedet, was ich gut finde, um die Menschen in Bayern zu schützen. Aber ich lese immer wieder von einem Notstandsgesetz, da läuft es mir nach der deutschen Geschichte eiskalt den Rücken herunter. Was steht denn, fragt mich die Tanja, in diesem Gesetz drin und ist das überhaupt noch demokratisch? Ja, liebe Tanja, vielen Dank für diese Frage, denn es ist eine, über die wir auch unter den Spitzen der Fraktionen hier im Bayerischen Landtag, in der Runde der Fraktionschefs und der parlamentarischen Geschäftsführer, in den letzten Tagen ganz intensiv miteinander diskutiert haben. Zunächst, was steht drin in diesem Gesetz und warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, um als Parlament, um als Bayerischer Landtag die Exekutive, die bayerische Staatsregierung in die Lage zu versetzen, kurzfristig reagieren zu können, notwendige Entscheidungen im Kampf gegen Corona schnellstmöglich treffen zu können. Beispielsweise wollen wir nicht, dass Menschen, die beatmet werden müssten, intensiv medizinisch im Rahmen einer Corona-Behandlung nicht beatmet werden können, während zwar Atemgeräte da sind, wir aber keinen Zugriff darauf haben. Wir wollen auch nicht, dass jemand wie Donald Trump, der das ja angekündigt hat, Unternehmen kauft, die kurz davor sind, Impfstoffe oder Medizin gegen das Coronavirus zu produzieren. Und deshalb versetzen wir mit diesem Gesetz als Bayerischer Landtag die Staatsregierung dazu in die Lage, im Zweifel Atemschutzgeräte, die in Bayern in allen möglichen Einrichtungen von Schönheitskliniken über orthopädische Einrichtungen, die sie vielleicht gerade weniger stark brauchen, bis zu allen anderen Einrichtungen im Zweifel beschlagnahmen und einziehen können. Wir versetzen die Staatsregierung auch in die Lage, im Zweifel Unternehmen, die kritische Infrastruktur ausmachen, die dafür notwendig sind, dass unsere Wirtschaft gut durch die Corona-Krise kommt oder aber insoweit systemrelevant sind, als sie Impfstoffe, als sie Medizin produzieren. Im Zweifel von uns als Freistaat Bayern beschlagnahmt werden könnten, um einen internationalen Ausverkauf, um einen Wettbewerb an der Stelle zu verhindern. Ja, und wir versetzen die Bayerische Staatsregierung in die Lage, auf Zeit begrenzt über Personal zu disponieren, weil sich derzeit sehr zu Recht alle Kräfte unseres Staates auf diese historische Herausforderung des Kampfes gegen Corona konzentrieren müssen. Und deshalb ist es zielführend, sinnvoll und richtig, der Staatsregierung die Möglichkeit zu geben, ihre personellen Ressourcen voll und ganz auf dieses Thema zu konzentrieren. In Summe also ein absolut sinnvolles Gesetz, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle in ungewohnter Art und Weise in die Rechte der Regierung eingreift, der solche Rechte über die normal eigentlich im Normalbetrieb nur der Bayerische Landtag entscheiden kann, der souverän die Volksvertretung delegiert an die Bayerische Staatsregierung. Wir haben deshalb in diesem Gesetz über gemeinsame Änderungsanträge aller Landtagsfraktionen an mindestens drei Stellen Hebel eingebaut, die die damit verbundenen Gefahren verfassungsrechtlich rechtsstaatlich eindämmen. Zum einen haben wir dafür gesorgt, dass entgegen des Erstentwurfs der Bayerischen Staatsregierung das Gesetz nun so gefasst ist, dass der Gesundheitsnotstand, der über das Bayerische Infektionsschutzgesetz ausgerufen werden kann, nicht von einer Person alleine, nicht vom Bayerischen Ministerpräsidenten, nicht von der Bayerischen Gesundheitsministerin ausgerufen werden kann, sondern einzig in Summe von der Bayerischen Staatsregierung, sodass sichergestellt ist, dass der Ausrufung des Gesundheitsnotstandes eine Kabinettsbefassung, eine Ministerratsbefassung vorausgeht, dass also sozusagen schon einmal Einigkeit innerhalb der Exekutive bestehen muss. Darüber hinaus haben wir eine Art Parlamentsvorbehalt eingebaut, wie man den kennt von den Einsätzen der Bundeswehr, die ebenfalls zunächst einmal von der Regierung angeordnet werden können, anschließend aber vom Parlament beeinflusst, vom Parlament zurückgenommen werden können. Mit anderen Worten haben wir dafür gesorgt, dass über das Bayerische Infektionsschutzgesetz der Bayerische Landtag den Gesundheitsnotstand, den das Kabinett ausrufen kann, jederzeit zurücknehmen kann. Das heißt also, das Primat über all diese Entscheidungen, über das Recht zum Eingriff in Freiheitsrechte, über das Recht auf Beschlagnahmungen, auf Personaldisposition, liegt weiterhin beim Bayerischen Landtag, demokratisch legitimiert bei der Volksvertretung. Und drittens und letztens haben wir dafür gesorgt, im Sinne einer interfraktionellen Initiative, dass das Gesetz, dieses Bayerische Infektionsschutzgesetz, das wir jetzt verabschiedet haben, ein Verfallsdatum bekommt, was äußerst untypisch ist bei Gesetzgebungen des Bayerischen Landtags. Mit anderen Worten enden diese erweiterten Befugnisse der Bayerischen Staatsregierung Ende dieser Gesundheitsnotstand, ja endet sogar die Gültigkeit dieses gesamten Gesetzes mit Ablauf diesen Jahres zum 31.12.2020 spätestens, oder aber schon früher, falls, was wir alle hoffen, die Corona-Krise ausgestanden sein sollte. Mit anderen Worten also kann ein Gesundheitsnotstand nur auf Basis eines Beschlusses der gesamten Staatsregierung ausgerufen werden. Das Parlament hat ein Vetorecht, kann diesen Gesundheitsnotstand zurücknehmen. Und all diese Möglichkeiten, dieses neue Instrumentarium, besteht ausschließlich während Corona und endet zwingend zum Ende diesen Jahres. Deshalb glaube ich, liebe Tanja, und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass man im Sinne von Ermächtigungsgrundlagen, im Sinne von Notstandsgesetzen, sich an der Stelle ganz und gar keine Sorge über die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie machen muss. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, was heute passiert ist, dass ein solches Gesetz binnen einer Woche den Weg durch den Bayerischen Landtag findet, in erster Lesung Ausschussberatung, zweiter Lesung und Rechtskraft erlangt, ist eine Art Sternstunde des Parlamentarismus, weil wir gezeigt haben, über die Grenzen der Fraktionen hinweg, dass die politischen Verantwortungsträger in Bayern, genauso wie die Menschen derzeit in Bayern, in dieser schwierigen Zeit gegenüber diesen großen Herausforderungen, zusammenstehen, die Reihen schließen, gemeinsam und entschlossen handeln. Wir haben also auf Zeit jetzt die Rechtsgrundlagen geschaffen, weiterhin die Benchmark für das Krisenmanagement in Deutschland, ja in halb Europa sein zu können als Freistaat Bayern. Es war ein gemeinsamer Kraftakt von Exekutive Staatsregierung und Legislative Parlament. Und ich meine, dass wir darauf als Demokratinnen und Demokraten alle sehr stolz sein können. Wenn auch ihr eine Frage habt zu Corona oder darüber hinaus, dann postet sie unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht schon um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian.